... den Leuten bedanken, ohne die dieses, nicht nur dieses Festival, sondern eigentlich auch dieser Club nicht funktionieren würde. Das muss man ehrlich so sagen. Da ist einmal, ihr habt vorher erwähnt, dass der Wolfgang das finanzielle Risiko trägt, aber nicht alleine, weil das ist so groß, das kannst du allein nicht gar nicht brauchen. Und die gute Seele dieses Clubs, ohne die der Club wirklich nicht funktionieren würde und eine des Festivals, ist die Eva, die immer ein bisschen im Hintergrund bleibt, aber euch dann beim Eingang immer sehr freundlich begrüßt. Da ist man sehr froh, wenn man den Eintritt zahlt, der von mir an der Eva vorbeigeht, weil das so charmant ist. Einmal einen kräftigen Applaus für die Eva. Und dann natürlich diejenige, die zumeist die Korten verkauft, wo man dann wirklich gern hingeht und den Obolus bezahlt, die Jasmin. Und die Jasmin ist auch diejenige, die nicht nur die Korten verkauft, sondern auch die Künstler betreut. Das heißt, sie sorgt dafür, dass die rechtzeitig einchecken, aber nur wichtiger, rechtzeitig auschecken, damit die anderen wieder reinkommen. Ja, dann der David, der wie jedes Jahr für die wunderbaren Plakate für das Artwerk verantwortlich zeichnet, ohne die diese ganze Atmosphäre des Festivals auch nicht funktionieren würde. Vom ersten Tag an mit dabei, einen kräftigen Applaus auch für den David. Und natürlich für unsere Techniker, weil ohne die wir weder wir was hören, noch die Musiker was hören. Und ich kann euch sagen, die Musiker sind immer vollkommen begeistert von unseren Technikern. Das ist der Daniel, das ist der Andi, aber das ist ganz vor allem jener Mann, der uns fast das ganze Festival höher begleitet hat, nämlich der Matthias. Einen kräftigen Applaus für den Matthias. Ja, das war's. Und wenn ich jetzt noch vergessen habe, dann mögen wir das wirklich verzeihen mit meinen Altersschulen. Der Körg hat natürlich auch CDs dabei, die er gerne signieren wird. Er hat nur Abor, also bei Ölzeich, viele sind es nicht wirklich. Nicht weggehen, wir bauen jetzt kurz um und dann kommt die Young Austrian Blues Night Directed bei Hannes Kassel. Ja, das war's. 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 Musik Musik Every seven days of the week Every four weeks of the month Every 12 months of the year I'd just sit around and wish you were here I wonder where Oh, where can you be? I wonder where, where baby Please come and hold to me Yeah Wow 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 Oh Wow 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020